ja so hallo jetzt kommen die brenzelt nur Planung was wird kann es ist es es ist einfach keine Idee ich bin jetzt im letzten Tag zu überlegen, was ich mache. Vielleicht kommt morgen ein neues Video, ein neues Format. Weiß es nicht. Aber ich werde es dann sehen. Vielleicht. Wenn da nichts kommt, wisst ihr euch, mir ist meine Idee eingefallen. Wenn du es gekommen bist, dann habe ich eine Idee eingefallen. Ja. Oder schreibt mal unten in die Kommentare, was ich machen soll. Ganz im Ernst. Ich habe auch null Ahnung oder null Plan, was ich hier machen soll. Also, das ist wirklich nur das ganz kleine Video. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.